Saffi, erzähl doch einfach mal eine lustige Geschichte aus seiner Schule. Also pass auf. Ich hab mal so in meiner Klasse gehabt immer zu erzählen, als er fünfer ist in den Zoo gegangen und hat dann so eine Banane gehabt. Das ist dann ein Affengehege und da war es ein Affe. Der hat Zucchisesteine hochgeworfen, um ihm zu zeigen, dass er die Banane rüberwerfen soll. Und dann hat er die Banane geworfen, aber das war halt 10 Meter hoch. Ende vom Lied, er ist gestorben. Ja, nein, nein. Und da hat er es hochgeworfen und die Banane ist gegen das Fenster gelandet. Und der Affe hat einfach von ihm erwartet, dass er 10 Fenster hochschmeißt. Ich hab grad den Tisch gegen die geschmissen und der ist einfach zerbrochen. Das ist ein cleverer Affe. Ja, der ist voll schlau, der Affe. Willkommen zu einer weiteren Folge von TTT Trouble in Terrorist Town mit der Binnocken-Truppe und mit der ganzen und Corona. Und Selfie. Und Selfie. Und Selfie. Corona, du hast ja deinen Bachelor gemacht. Mit Jürgen, Heinz, Egon und Karl. Wie oft hast du von irgendwelchen Leuten Witze mit Rosen und so weiter gehört? Keine Ahnung, bisher mach ich die einfach nur selber. Achso, okay. Ja stimmt, das hast du selber gemacht. Hätte ich mir eigentlich denken können bei deinem Humor. So. Ja, schon, natürlich. Ey, Leute. Ja, wie geil wär das, wenn du einfach in den Club gehst und sagst so zu irgendeiner, guckst du sie so von oben bis unten an und wenn sie dann kommt, ey, was glotzt du so, musst du so angucken. Na, du kriegst heute leider keine Rose von mir. Ja, das wär ultra der Joke. Den würd sie auch bestimmen. Wird bestimmt lachen. Ist auch voll der, voll der, voll der, äh, Rasse. Der, äh, kurzen Schuss fährt ab. Der Diss, Alter. Okay. Und was bringt dir das, wenn du Bachelor bist? Gibt's hier geile Waffen, Alter? Ähm, keine Bitches. Der kann doch Master sein. Klug, intelligent. Ja, du kannst. Ich könnte auch studieren. Ich könnte auch studieren. Baby, du bleibst jetzt stehen, ich will an deinem Rücken riechen. Was ist das? Das ist wirklich schön. Was soll das? Der riecht ja so, ein bisschen nach Schleiß, oder? Der riecht nach Rücken. Der riecht nach Rücken. Aber nicht so nach Menschlichs Rücken. Hey, pass mal auf, du machst jetzt mal die Augen zu. Du machst jetzt mal die Augen kurz zu. Max, 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 wo bist du? Okay, dann riechst du gleich nach Mann an. Ich bin hier, ich bin bei dem im Badezimmer hier. Komm mal kurz, komm mal kurz zum Vorraum. Du musst dir was geiles zeigen. Oh, das ist 100 pro. Warte. Schafsrücken ist das. Schafsrücken. Ja. Max, Max, ich bin gerade duschen, ich bin gerade duschen, ist gut. Oh, ich will dir was geiles zeigen, guck mal her, Max. Ich kann gerade nicht, ich bin duschen, Digga. Mach mal, zeig mal mir. Zeig mir mal. Fapp, guck mal hier. Guck mal, wie das Restaurant in Anführungsstrichen heißt. Hungriges Schwein. Ja, man, und dann gibst du den Duduburger. Oh, Gott, ich bin hier drin. Duduburger. Okay, warte, warte. Wer ist gerade nicht da? Wer ist gerade nicht da? Ey, ihr müsst jetzt einfach nur schauen, wer nicht bei euch ist. Corona, Max, oder? Ach, ich weiß nicht. Max ist nicht da. Max ist bei mir. Max ist nicht hier. Max ist es, Max ist es. Max ist es, Max ist es. Max ist es. Max ist es, Max ist es. Max ist es, Max ist es. Max ist es. Max ist es. Aber wollte ich doch nur einen Dudu-Burger Bitte, Max, ich hab die immer gemocht Hä, die kleine Bombe? Ich hab die immer gemocht, ich weiß es Du mich siehst, ich weiß es Max, hallo Leute, wer kann alles C4 legen? Nichts passiert Leute, wer kann C4 legen? Ich kann C4 Hier steht ein Ja, hier liegt ein C4-Ding Ja, wie denn? Ja, das traue ich mir nicht, Alter, ich bin weg Corona, du tust das jetzt defusen Nein, nein Ja, und dann drückst du E oder was Achso, du bist Detektiv Dann halt alle anderen davon weg Was kann passieren, wenn ich da defuse? Kann ich da auch in die Luft fliegen? Nein, mach jetzt Oh, Corona will ich mich hundertprozentig einsperren Ihr könnt auch Corona erschießen Der macht nichts Ich bin trapped Er hat das bestimmt hingelegt und wird jetzt nicht defusen Wie, was, pick up, destroy, arm Was soll ich da drücken? Ja, destroy Aber dann explodiert die ja nicht Nein Ganz ehrlich, Alter, ich nehme die auf jetzt Du musst jetzt ein Nein, das machst du Corona, ich finde das Verhalten immer noch merkwürdig Fep, du legst noch? Ah, ah, was ist das? Wieso auf mich, Fep? Warum denn? Ja, Fep ist es Oder? Fep ist tot, ich habe Fep erschossen Ja, mach mal Prove den mal Okay, warte Fep ist Fep ist ein Traitor Versteht, aber er ist innocent Hi, mein Name ist Corona Ich bin clever Als einfach wie Au, au, au Oh, schuldig Oh, schuldigung, Corona Hab ich noch hin, Alter Fep ist ein Traitor Hast du das C4 dahin gelegt, Max? Ja, warum sagst du das, du ein Idiot? Keine Ahnung Hä, du musst das aber schon zünden, Max Ist dir klar, oder? Achso, das wusste ich ja nicht Wie zündet man das denn? Mit E und dann auf Ja, da ist doch die Zeit Aber muss man draufdrücken vorher, oder was? Ja, E und dann musst du Aber auf die Bombe, oder was? Ja, ja, genau Achso, ich dachte, das läuft von alleine Ich habe das da hingelegt, bin weggelaufen Ganz am Anfang, dass ich das nicht mitbekommen habe War so ein Wunder, Alter Boah, Alter Ich habe mich nur gewundert So, hey, was liegt denn da? Und dann so, oh, das ist eine Bombe Ja, warum sagst du das, Digga? Du bist doof, Alter Ja, ja, hallo Ich wollte ja Ich wollte Ich wollte ein Trick aufbauen Du wolltest dazugehören, Digga Hast du dir alles gemacht, um dazugehören? Sehr gut Also Leute, ich bin schon mal hier der, äh, der, der Coole Fep, warum sagst du nichts? Fep, erzähl mir einen Witz Fep, erzähl mir einen Witz Ich bin der Fep, erzähl mir einen Witz Was machen, was macht ein schwuler Regenwurm Bevor er ins Salatblatt kratzt? Achso, schwulen Witze sind so 2012 Er schmeißt die Schnecken raus Ah, der ist harmlos, der ist harmlos Der ist harmlos, ja Also, ich fand, das ist auf jeden Fall so ein kleiner Schmeichler Also, da kann man auf jeden Fall mal kurz grinsen Ja, das war's, meinte ich Ich erzähl keine Die Fep ist ja uns wieder bohren Kann man, kann man machen Ist ein Ding, kann man machen Taka Ishii, hast du da grad, hast grad meinen Lieblingsboden draufgetreten Was, woraufgetreten, auf meinen Lieblingsboden? Ja, dann... Fep ist es, Fep ist es, Fep ist es Stopp, 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 Fep war's Fep war's, Fep war's Fep hat auf Selfie und auf Taka geschossen Ja, Fep ist der Ich hab draufgeschossen Ich hab's grade von hinten gesehen Auf wen hat er geschossen, Max? Auf Selfie, auf Taka Fep und mich geschossen Okay Also... Ich hab Fep erschossen, ich hab Fep erschossen Wollen wir mal die Leiche... Wollen wir mal die Leiche... Wollen wir mal die Leiche wegbringen oder so? Fep wurde gar nicht angeschossen Ja, hä, war ich direkt hier um die Ecke gegangen Ja, aber er hat dich auf jeden Fall... Er hat auf Taka und auf Selfie geschossen Das heißt, Taros ist noch... Ich bin noch geil Ich bin noch geil Also Taros hat auf jeden Fall einen heißen Verdacht dann Ich bin noch geil Ja, du warst nicht dabei... Entschuldigung, ich meine Corona auf Corona hat er geschossen, meinte ich Achso... Hä? Nein! Auf mich nicht Ja, ist ja gut Hallo, ich war da Die Leiche In der Heilstation... Warte, warte, warte Ja, geh mal her Mach mal hin Mach mal hin Jungen Jungen Muss man E gedrückt halten? Ja, okay Ah, jetzt... Schieß, schieß, schieß Wer war das gerade? Taros, Taros war's, Taros war's Ich war's Ich hab gar nicht geschossen Was war's denn? Ich wollte ein bisschen Würze in die Nummer bringen hier grad Du beschuldigst mich wieder Ich töte dich gleich Ja, ich wollte Spaß Warum? Ich hab doch geprooft, dass ich's nicht bin Ich hab doch keine Filter erschossen Ja, ich auch Ja, aber wer ist da noch... Ja, du Du eigentlich nur noch Hey, warte mal, wo ist Taka? Wo ist Taka? Taka, ja, Taka Ja, Pepe ist es Nein, Taka Ishii ist tot Dann ist es Taros Er ist nicht tot, er ist an mir vorbeigelaufen Hallo Leute Warte 200 pro Taka Innocent, okay Okay, Pepe Okay, pass auf, pass auf Stop, 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 stop Schnick, schnuck, wer hier reinläuft Ich lauf hier rein Ja, dann los Geh nicht hinterher, geh nicht hinterher, nicht hinterher gehen Nicht hinterher gehen Okay Ja, okay Tut mir leid, Taros, aber Da ist er schon mal nicht Ja, das passiert Kollateralschäden, Leute Es gab Verdacht Es gab berechtigten Verdacht Das heißt, es ist jetzt Taka Ishii, oder was? Ja, ja, Taka Ishii ist bestimmt irgendwie unten in dem... Ja, ja, Taka Ishii ist bestimmt irgendwie unten in dem... Ja, ist er! Hier ist er hier vorne Achso, aber Entschuldigung, Entschuldigung Alter Mann, jetzt muss ich mich wieder heilen Habt ihr die Heel Station noch rumliegen? Ja Oh Gott Oh Gott Aber Vorsicht, wenn ihr da reingeht, dann zündet ihr das Ding Dann werden wir alle sterben Ja, es ist schon gezündet, oder? Nein, ist es nicht, da stehen doch überall Fässer Ja, aber die Fässer sind doch nicht das, was explodiert Sondern da ist in der Mitte noch so ein Heizofen, oder nicht? Ja, die explodiert doch mit, Alter Ja, Ahnung Natürlich Alter, komm bitte Kann's mal Digga, geh nicht da rein, geh nicht da rein Kuckuck, beep einmal Corona geht da nicht rein, das ist richtig dumm, komm hoch Kuckuck, piep einmal Leute Ich wollte euch was sagen Kuckuck, piep einmal Ihr werdet mir das jetzt bestimmt nicht glauben Aber Ich bin nicht der Trader, Leute Kuckuck, piep einmal Wirklich, ich verspreche es euch Ich verspreche es euch Ja klar, warum sehen wir dich da nicht, warum sehen wir dich da nicht Das ist doch der Einzige Ja, weil ich mich eben verstecke Weil er unsichtbar ist, Max Versteckt mich einfach Ich bin unten bei den Testern Ich bin total verwirrt Ich bin bei den Testern, Leute Wo bin ich denn jetzt? Na klar, Digga Ich bin in deinem Büro Ich bin halt echt, Leute Ich bin halt echt bei den Testern, Leute Also das Ding ist, ja Du weißt schon, dass du damit Also so ungefähr Ich bin verwirrt Nein, Alter, nein Ich bin auch ein bisschen verwirrt Aber ich muss ganz ehrlich sagen Ich bin 100% sicher, dass es Taka ist Ah, gut Ja, wer nicht Hallo, genau, gut Ja, also ich Ja, also aus meiner Warte aus Können es alle sein Aus meiner Warte Ja, aus meiner Warte Wer hat denn von Fapp gekillt? Aber warum redet Taka die die ganze Zeit einfach gar nicht? Wer hat Fapp geschossen? Wer hat Fapp erschossen? Ich hab Fapp erschossen Okay Und Ich wurde eingeschossen Fapp hat auch einfach völlig random Ich wurde eingelaufen und losgeballert Ich wurde von Fapp angeschossen Ja, das stimmt übrigens Dann würde ich auch irgendwie jetzt auf Taka ishi vermuten Nein, das glaub ich aber nicht, Leute Das glaub ich aber nicht, Leute Das glaub ich aber nicht, Leute Aber es ist halt die Frage Wo ist Taka? Wo versteckt der sich? Das ist eben die große Frage, ne? Ja Ja Als ob du das jetzt noch machen willst, Alter Ja, ey Ich hatte echt gar keine Ich hatte null Warten Ich bin sofort wieder da, Leute Er hat eine Bombe Diffuse Ich hab sie mitgenommen Leute, was soll das denn? Ich hab gesagt, ich bin es nicht Äh Gerade Sorry, Taro Ich wollte gerade Meine krasse Theorie raushauen Die 100% gestimmt hätte Und er ballert mich einfach nieder Ja Warum auch nicht Also da warte eine Entschuldigung Ich fühle mich Ich fühle mich schuldig, Taro Und wünsche dir das nächste Mal die Eierin wird sehen Ne, das möchte ich nicht Ne? Also, ich will das nicht Also, ich will das Hallo, so ein kleiner Blutjob an einer Freundin Ich will das nicht Wirst du eigentlich komplett Hab dich doch nicht so Behindert, Taro Wieso machst du das nicht? Digga Digga, was? Willst du ihn ficken? Digga, Taro Willst du ihn ficken? Willst du ihn ficken? Willst du ihn ficken? Du siehst du ein Selfie, das sagt Der kleine Mitchell Soll ich nicht so Willst du ihn ficken? Der digge Michi Hallo, I'm back Ich schalte Kommt irgend so ein Treufer Und dann raus Entschuldigung Ich bin Detektiv Das ist ziemlich geil Jetzt geht mein Plan auf Jetzt geht mein Plan auf, Leute Hast du hier wieder irgendwie so eine Dosen Salamien gespielt? Scheiße Hast du keine Kamera haben Ach Phab, wolltest du grad hier in den Trailer Raub rein gehen? Kann ich euch auch gerne Wie meinst du das? Hä, das ist die kleine Weinschule Der ist der Slamien Okay, das geht das Auto Einzig Darf ich auch das placken? Leute, Phab Phab war Trailer Ist er gestorben? Du hast es ja gestorben am Wasser Hä? Wo habt ihr ihn erschossen? Ich hab ihn auf den Klo erschossen Als er in den Trailer raub rein gehen wollte Du bist ja wrong proof Ich bin sowas von proof Du bist wrong proof Ich werde ihn sogar mit Naja, du hast mich auch schon mal gekillt Um den Verdacht von dir abzulegen Okay, stimmt Okay Hier ist Phab Macht mit ihm was ihr wollt Der gibt das dem Detective Der kriegt einen Punkt daraus Oh geil Bam Ja, okay Digga, wieso kann man diese blöde Mine nicht platzieren? Was soll das? Wo ist die Detective? Achso, ich bin ja als der Detective Haha Nein, 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 als Detective Ich bin Detective und hab ne Mine platziert Damit halt keiner den Trailer aufbiss wird Du musst ihn confirm, damit du nen Punkt bekommst Ja, confirm ihn Ja Ja, control ihn mal Ich hab keinen Punkt bekommen Max ist crude, okay Ripped the table Ich habe keinen Punkt erhalten Wer lebt denn noch? Mal ganz kurz Wer lebt denn noch? Also Taros lebt noch Corona lebt noch Taka? Wo ist Taka schon wieder? Taka ist wieder weg Ich bin aber confirmed Aber Taka, wo bist du denn? Taka, wo bist du denn? Ich bin beim Pool Ich bin beim Pool Ja komm, wir gehen alle zum Pool Alle zum Pool Alle zum Pool Alle zum Pool Leute, wir machen jetzt einen Wettbewerb Wir machen einen Bike Ich bin der Detective Und ich sag, was wir machen Ihr springt alle Nein, 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 nein Hallo, hier ist ein Sprungbrett Ich bin der Detective Ihr springt alle rein Ich will aber nicht Ihr springt alle rein Wer nicht rein springt, wird sofort erschossen Ganz einfach Okay Hier ist aber schon klar, dass der Trailer nur eine Tasse drückt Muss und alle sterben Deswegen springt bitte alle rein Alle Ich bin drinnen Corona rein, sofort Nee, 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 Taka ist der Ding Bring rein oder ich schieße sofort Nein, nee, nee, wenn du nicht rein gehst Ich auch nicht rein, weil da hab ich Angst Wir gehen gleichzeitig rein 3, 3 und los Alle rein Ich war doch grad schon drin Alle rein, alle rein Ich war gerade drin Geh rein Hey, Taros So, ihr bleibt da drin Ihr bleibt da drin Das ist dein Ernst, Mann Ihr bleibt alle da drin Der Fab ist tot Wer rauskommt, wird erschossen Ihr bleibt alle da drin Ja, wow Ja, ich schieße auch direkt auf den, der rausgeht Ja, derjenige, der rausgeht, darf sofort schießen Ja, das ist mein Ernst Heute ist Poolparty und ihr klärt das gefälligste an dem Pool, ey Ich glaube, ich hab trinkt im Pool Leute, soll ich euch mal... Achtet mal bitte alle auf mich, ich würde euch was zeigen, was ich gelernt hab Letztes Mal in der Schwimmstunde Schaut mal Au Ich bin fast tot Ich bin fast tot Ja, was denn? Du bist die ganze Zeit schon fast tot, Alter Ja und? Du schießt doch mich, wenn du fast tot bist Ich hab 10 Leben verloren Du schießt einfach mich, weil er fast tot ist Was denn? Ihr macht das super, ihr macht das hervorragend Dankeschön Wir nehmen mal ein paar gerade Bahnen ziehen, nicht immer so okay Das wäre ganz geil eigentlich Ja Genau, schön, lieber Vorne so eine Rolle wieder zurück Guck mal, ich kann wie ein Delfin schauen Ich spuck jetzt Wasser so hoch So, Wasser hoch Wie ein Delfin und wieder rum Wollen wir ein Wettschwimm machen? Wollen wir ein Wettschwimm machen? Wollen wir ein Wettschwimm machen? Oh, da ist jemand da trunken Da ist jemand da trunken Ja, das war Taurus Warum? Ja, ist auch okay, passiert Okay, jetzt müsst ihr alle hier vorne hinkommen Alle hier vorne hinkommen Und von hier macht ihr dann ein Wettschwimm rüber Wer zuerst drücken ist, der wird nicht erschossen Der wird nicht erschossen, weißt? Ja, der gewinnt halt, ne? Okay, okay Bei 3 geht's los Seid ihr soweit? Ja Ja Ja, zurück Okay, 1 2 Und los Ja, ich mach den Delfin, Alter Nein Alter, wie schnell ist Corona denn da raus? Gehen da, Alter Ach stimmt, man kann die Koffel Ich stimmt Okay, Selfie ist frei Selfie ist frei Schieß, Selfie ist frei Was? Nee, Alter Selfie ist nicht frei, Alter Bin ich gar nicht, Alter Selfie war letzter da, weil er das einfach nicht hingebaut hat, leider Ja Ich mag Selfie Ich mach das Ich mach das Corona, Corona schießt auf mich Ja, schieß auf ihn, ist auch okay Ihr dürft schießen, ihr dürft schießen Nein, nein, hey Bist du dumm? So, so, spielst du den Traitor richtig? Hör auf! Hör doch! Nein, als ob Selfie sogar Traitor war Das ist ein richtiger Randomer Ja, das ist ein richtiger Randomer Gar nicht, Mann Ich hab gesagt, wer zuletzt drüben ist, der wird sterben, Digga Ganz einfach Also ich bin tatsächlich ertrunken Wenn ihr meinen harten Schwimmbettbewerb einfach nicht könnt, Alter Dann habt ihr da Soll ich mal ein Funfact nennen? Ja, wenn man das einmal macht, finde ich das nicht schlimm Was war los, ich war kurz ins Koma gefallen Einmal, aber heute nicht rum, alles gut Kurzer Brechner so, was? Uah Warum hab ich jetzt ne rote Anzeige? Ui Leute, ihr werdet es nicht glauben, ne? Max, wo bist du? Max, komm doch mal her! Max, komm doch mal her! Komm doch mal her, jetzt kann ich dir zeigen, was ich dir zeigen wollte Ja, gleich muss ganz kurz meine Waffe switchen Kann ich dir zeigen, was ich dir zeigen wollte Was denn? WÄ? Komm mal her, komm mal her hier Warum hab ich jetzt nen roten Bild hier drüben? Hier, guck auf das Menü Was ist denn da? Das Restaurant in Anführungsstrichen heißt hungriges Schwein Tatsächlich, kann man das mitnehmen, das Schild? Weiß ich nicht Hier fliegen schon wieder irgendwelche Kurzer Ohhhh Kann mich mal irgendwer schlagen Schlag mit mir eben ganz kurz Ich find das echt, ich find das richtig mit einem One-Shot machen, wenn du willst Warum schläpp rum? Weil ich hab permanent roten Bildschirm, was soll das denn? Mann! Ja, das ist ein Backel Das ist ein Grafik-Backel Ja, permal als ob ich mich hinterher an meine Wax, wax, wax Meinst du, wie Kien ist hier zusammen gepuppelt? Leute, einer fehlt, einer fehlt Soll ich dich von einem Leiter lösen? Nee, es geht nicht schade Soll ich dich von einem Leiter lösen? Tacker fehlt Tacker fehlt Tacker fehlt Wart mal, äh, kauf mal die golden Diegel Kauf die golden Diegel Tacker, kann man die Türen, kann man Türen blockieren mit Sachen? Ja, dann... Mh, ne Mach mal die Tür hier, mach mal die Tür hier auf, bitte Hier, einer Das ist sowas wie die goldene Diegel Okay, dann... Wir versuchen das zu blockieren Ich würde... Corona Ah! Ne, das klappt ja ganz anders, stimmt ja, scheiße Uah, Alter Der Tisch ist wie zerfetzt Gib mir die Waffe wieder Die ist aber leer Corona, es tut mir leid, ich hab grad irgendwie gedacht, ich hätte die goldene Diegel und... So, da soll ich dich von einem Leiter lösen Bombe Ne, warte mal, er hat einen Traitor getriffelt, also du bleibst hier Corona war Traitor Hier, hier, hier Wer ist es? 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 Wer? Wer? Niemand hat... Max, Max Ja, richtig gutes Timing, Max Mann, wie dumm Ich dachte... Was war denn das für ein Random Kill? Ich hab... Ich dachte, ich hätte die goldene Diegel gehabt Ich hab die Waffe... Ich hab die Waffe nicht rausgeholt Endlich irgendwie nicht richtig angewählt Das war dumm Das ist sowas wie die goldene Diegel Hä? Was war das für ne Waffe? Das war sowas wie ne goldene Diegel Und wie? Das war ne ganz normale Revolver oder nicht? Ne, das war ne Diegel Also ne goldene Diegel, nur dass die halt ein bisschen anders aussieht Hä? Die gibt's zweimal im Shop Ist das dieser Revolver einfach nur, ne? Ja Aber der killt auch andere, wenn man nicht... Ne, das ist einfach nur ein One-Shotter, ne? Ja Das ist aber nicht wie die goldene Diegel Ne, ich hab den One-Shotter gegeben Der auch einen Innocent Der einfach nur sofort killt halt, ne? Ja klar, also... Hätte auch Innocent sein können Also das... Warum machst du das? Ich hatte... Ich hab'n roten... Jetzt bin ich wieder Detektiv, Mann Ich hab'n roten Bildschirm und wollte den loswerden Ey, Detektiv, Detektiv... Das ist der Hammer Ich hab' jetzt... Will ich von dem leider lösen? Nein Ich bin dein Hilfs-Sheriff Aber den roten Bildschirm hab' ich nicht Hä? Ich find das immer so komisch Wollen wir mal ganz kurz Ich find das immer so komisch, dass Selfie sich immer dem Detektiv aufdrängt Also... Ja, meistens dann, wenn er irgendwie Traitor ist Meistens dann, wenn er Traitor ist Ja, dann, äh... Nimm die goldene Diegel, schieß auf mich Ne, ich wollt's nur anmerken Nimm die goldene Diegel, schieß auf mich Ich hab' ihn nicht... Ah, doch Ich wollt's nur anmerken Was soll ich damit? Schieß auf mich, schieß rein Ich wollt's nur anmerken Du darfst mich aussuchen Warte, lass mich einmal kurz Munitionen Ach Corona, nimm ich Du möchtest, du möchtest also nicht schießen Das heißt, du bist Traitor Doch, 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 ich schieß gleich Ich schieß Corona, wenn es... Geh doch doch nicht rein, Detektiv Hier ist das nicht schlimm Hier passiert doch nichts, oder? Achso... Okay, wenn du jetzt nicht sofort auf mich schießt, dann schieß ich dich Naja, aber wieso soll ich denn auf dich schießen? Wenn du willst, dass ich auf dich schießt, dann stößt er mich dann selber, oder was? Ja, ich bin Trainer Ja, natürlich stößt er dann selber Ja, das glaub ich dir nicht Ich glaube sogar, dass er wirklich nicht mehr ist Ich hab nur gedacht, dass ich das komisch finde Nicht auf mich schießen, Corona würde auf mich schießen, das ist dumm Corona will mich töten Hä? Wie soll ich denn auf dich schießen? Habt ihr gehört? Also ich würde Selfie Ja, ich war das, ich war das von mir Ich würde Selfie Komm schon, komm schon, komm schon Also wenn ich irgendjemanden töten würde, dann Selfie Äh, wo ist denn Fab? Komm schon, komm schon, komm schon Der war eben hier auf hinten bei den Duschen rum Komm schon, komm schon, komm schon Alter, er ist doch Traitor Der Fab, ne? Äh, Corona langsam ist sehr auffällig Auf wen hast du geschossen? Fab ist Traitor Fab ist Traitor Fab ist der einzige Fab ist Traitor Corona Hä? Er schießt mit Absicht daneben Du hast Corona Ich hab zweimal geschossen Er hat zweimal daneben Absicht Entschuldigung, ich hab einmal Takaishi voll getroffen Hier ist sogar Blut Hier liegt bei mir sogar Blut Nein, das geht gar nicht Er hat gelogen, er hat gelogen Alter Ja, 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 ja Leute, er schießt mich doch Was? Digga, what? Da war es doch seltsch Ja, warum liegst du denn? Er schießt mich doch Aber warum liegst du denn? Hä, wo ist denn die Golden Diegel? Wo ist Fab? Er ist leer geschossen Das musst du mir nachher erklären, Corona Er ist sicher Ne, die Leute, seid doch mal leise Fab redet schon wieder nicht Und ist die ganze Zeit weg Ja, komm, dann lass auf Fab Einer von uns ist es aber Ja, aber es muss ja noch einer sein Ja, aber Fab ist doch erstmal progen Fab ist doch erstmal progen, dass er es ist Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf ihn Aber wer trotzdem weiß Wer geht da jetzt zuerst rein? Ich... Ja, aber einer von uns ist ja Traitor Taurus geht da nicht rein Taurus geht da nicht rein Du bist der einzige Aber ich bezweifle Also Oh, Max, es ist, Max, es ist, Max Es ist Selfie Selfie ist Traitor Nein, Scheiße Sorry, ich dachte Selfie ist gerade im Shop gewesen Warte, 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 warte Dann bedeutet das Max Max ist es Nein Entweder Tucker oder Fab Fab und Tucker Ich hab außer... Hier, nimm meine Waffe, schieß ich tot Ja Du kleiner Wichser, Alter, was soll die Scheiße Du bist doch eh Traitor Was? Also Dinos hier noch gewonnen haben Hä? Was passiert? Wer war doch jetzt Traitor? Wer war jetzt Traitor? Hä, Fab, was ist mit dir passiert, Mann? Ja, ich bin gestorben Ich hab im Keller irgendwas ausgelöst Und dann bin ich gestorben Ohhhh Ich hab die ganze... Nein, ich darf mir doch schon freuen Fab ist da in dem Raum Weiß ich nicht, was dann? Wenn da rein geht, sterben die direkt Ähm... Kakariko Nice, Alter, nice Ey, das ist doof Ne, nicht Kakariko, die Musik geht mir richtig auf den Sack, ey Ja, Mann Ja, sag mal einer, tschüss Was war denn das? Ich war im Keller in der Mitte An diesem Kingroom Okay, ich bin gestorben Tschüss, tschüss, tschüss Tschüss, tschüss, tschüss Tschüss, Leute Was für ein Skycraft Terminal? Was ist das da?